Am 9.11. findet für dieses Jahr das letzte Online-Seminar zum Thema besondere Maßnahmen bei starken Blutungen als Online-Seminar statt. Im Vorfeld wird Material verschickt. Wir reden hier von Trauma-Bandagen. Wir reden hier von Trauma-Bandagen. Wir reden von aktuellen Abbindesystemen. Wir reden von komprimierter Gase und von Baumwoll-Dreieckung. Wir zeigen euch, was mit diesen Materialien möglich ist und was, wann, wo und warum angewendet wird. Alles Worte unten in der Videobeschreibung.